Wird beim Bau der neuen Luxus-Villa von Robert und Carmen Geiss etwa gepfuscht? Beide gaben nun ein Statement ab, in welchem sie auf die vernichtende Fan-Kritik reagieren. Auf einer Gesamtfläche von 8000 Quadratmetern in direkter Nachbarschaft zur berühmt-berüchtigten Villa Geiss in ihr in Saint-Tropez entsteht derzeit die nächste Megamenschen der Kult-Millionäre. Über die Fortschritte auf der gigantischen Baustelle halten Robert und Carmen ihre Fans mit ständigen Updates auf ihren Instagram-Kanälen auf dem Laufenden. Punkt Bei einem ihrer Rundgänge stachen den Followern zuletzt aber vor allem die großen Risse in der Bodenplatte ins Auge. In einem neuen Videoclip meldet sich Carmen jetzt tatsächlich zu der Debatte zu Wort und erklärt, die Baustelle ist schon wieder ein Stückchen weiter. Heute haben wir wieder Beton gegossen. Und ihr braucht keine Angst zu haben wegen der Risse im Beton. Punkt Die 59-Jährige versichert ihrer Community, mit dem Architekten und dem Bauunternehmer über das Thema gesprochen zu haben. Und die Experten seien der Meinung, das ist ganz normal. Anschließend kündigt die JZ-Interpreting an, den zuständigen Architekten bald persönlich vor die Kamera zerren zu wollen, damit dieser den Ungläubigen unter den Fans den Sachverhalt noch einmal auf Englisch erläutern kann. Robert Geis gibt Baumengel quasi zu und widerspricht damit seiner Ehefrau, besonders brisant, fast zeitgleich mit Carmen gab auch Robert auf seinem Account ein Statement zu den Rissen im Beton ab. Punkt Bei dem Vater von Davina und Schneier klang die Sachlage allerdings weniger eindeutig als noch bei seiner Göttergattin. Zwischen den Zeilen scheint er den Mangel sogar einzugestehen. Er sagt, heute haben wir noch ein bisschen Feuchtigkeit auf die Bodenplatte gemacht, damit das Ganze auch vernünftig ist. Punkt Der Immobilienprofi will dennoch nichts dem Zufall überlassen. Morgen ist Begehung mit dem Architekten und dann schauen wir, ob das alles hier richtig läuft, stellt Robert klar. Mit dem bisherigen Fortschritt ist der Valmoné-Gasse jedenfalls zufrieden, wie er gegenüber seiner Community betont, die Bodenplatte ist jetzt so gut wie fertig. Die ersten Wände sind heute gegossen worden. Es geht auf jeden Fall weiter auf der Baustelle.